Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen zum Tele-Stammtisch und wir haben eine neue Besprechung für euch beraten, nämlich zum Action-Film Weekend in Taipei, wobei ich mir nicht sicher bin, heißt es wirklich Taipei oder wird es doch Taipei ausgesprochen? Wer mir diese Frage ebenfalls nicht beantworten kann, aber den Film gesehen hat, ist der Sven. Hallo Sven. Hallo. Sven, am 17. Oktober kommt dieser Action-Film in die Kinos. Das ist ein neuer Film aus der, ich möchte fast schon sagen, Filmanufraktur von Luc Besson. Der hat den Film mitproduziert, ist als Co-Autor gelistet, aber die Regie hatte ein gewisser George Wang, der viel im Serienbereich gearbeitet hat und auch, glaube ich, schon lange Jahre mit Luc Besson gemeinsame Sachen macht. Ist dir der Name George Wang ein Begriff? Nein. Also ich, den Namen, ja, die Person, die aber dazu erscheint, wenn man dann mal etwas recherchiert, wirft mir als komische Fragen auf, weil nämlich auch bei Dawn of the SUV, wie SVU, nämlich der FBI-Psychiater, auch George Wang hieß und der wurde mir als erstes angezeigt und ich dachte, um Gottes Willen, der dreht auch Filme. Nein, ich kannte von ihm tatsächlich jetzt nichts groß. Ja, ging mir übrigens heute genauso wie dir. Ich habe auch ein bisschen Recherche betrieben und dachte, ach, das Gesicht kenne ich auch vorher. Der macht jetzt auch Regie interessant und dann irgendwie drei Spalten drunter, so IMDb. Ich glaube, das ist der George Wang, den ich gesucht habe. Und ich kann so viel sagen, der hat auch jetzt nichts Großes inszeniert davor. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Weekend in Taipei, und ich sage es immer mal, Taipei, ist sein bislang größter Film. Wobei jetzt größter Film, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Das ist ja hier nochmal ganz klar ausformuliert. Du hast ihn gesehen und du würdest uns jetzt mal kurz erklären, zum einen, worum geht es und danach noch andere Sachen. Aber erstmal, Sven, worum geht es? Also, John Lawler ist ein DEA-Agent, der erst zuschlagen, dann Fragen-Generation. Um einen Drogenhändler dingfest zu machen, den er seit Jahren natürlich jagt, begibt er sich auf ein Wochenende nach Taipei. Dort residiert nämlich Quan, gespielt von Sum Kang aus den Fast The Furious, filmen. Und doch wird es nicht ganz so einfach, wie sich das der gute John vorgestellt hat. Denn auch die Vergangenheit holt ihn wieder ein. Diese Vergangenheit ist auch immer wirklich erbarmungslos. Die holt einen immer wieder ein. Das ist schön. Ja, also wenn ich er gewesen wäre, wäre ich auch zu Hause geblieben. Ja, vielen Dank. Zum einen muss ich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich ihn für mich gesehen habe, weil allein der Name des Helden John Lawler, das ist so ein Zungenbrecher für mich, das alleine ist schon toll. Und es ist ja die neue Rolle von Luke Evans. Luke Evans, wer ihn nicht kennt, der, ja, wie soll ich es sagen, Luke Evans beschreiben? Für mich ist Luke Evans einer dieser Darsteller, der so vor zehn, 15 Jahren so die Chance hatte, so den ganz, ganz großen Sprung zu schaffen, ist aber aus irgendwelchen Gründen doch nicht final geschafft. Er war nämlich wirklich in ganz vielen großen Filmen mit dabei. Er war einer der Schurken in der Fast and Furious-Reihe. Es war der kleine Bruder dann später von Jason Statham. Er war der Drachentöter in den Hobbit-Filmen. Er hat auch einen Serienkiller gespielt unter Ryohei Kitamura. Wie heißt der nochmal? No One Lives, glaube ich, ist der Film. Also der hat schon ein sehr interessantes Oeuvre zu bieten. Die letzten Jahre habe ich ihn aber wirklich meistens aus den Augen verloren. Oder kannst du dich an den letzten Film erinnern vor Weekend in Taipei, wo du ihn gesehen hast? Ich habe auch nochmal rumgeguckt und nein, weil es mir auch so war, dass er tatsächlich längere Zeit von der Bildfläche verschwunden ist. Ich habe gesehen, es gibt einige Filme, die noch irgendwie auf hold sind, die vielleicht, keine Ahnung, irgendwann noch kommen. Ob das dann halt vielleicht aber auch Direct-to-Stream oder Blu-Ray-DVD oder sonst was ist, weiß ich nicht. Den letzten, wo ich ihn wirklich wahrgenommen habe, war auch bei Fast and Furious. Ja. Da kommt er vielleicht nochmal zurück. Ich meine, der letzte, angeblich letzte Teil der Reihe wird ja, glaube ich, gerade vorbereitet. Mal schauen. Jetzt aber erst mal Weekend in Taipei. Und ich habe ja schon gesagt, Luc Bessons Filmanufraktur, da kommen halt so Sachen raus, wie die Transporter-Filme, wie die Taken-Filme, wie Kolumbianer und noch ganz, ganz viele andere. Und ich habe mir den Trailer jetzt angesehen und ich muss sagen, allein der Trailer hat schon diesen Vibe. Du siehst so diese Action, wie es gefilmt ist und du merkst schon irgendwie, ja, das hat was für Luc Besson. Sei ehrlich, ist es einer der besseren Luc Besson-Action-Filme, also die er produziert hat, oder einer der schlechteren? Ich muss schwer, ich muss erst mal tief durchatmen. Also ich würde diesen Film in zwei Teile spalten. Der erste Teil geht so etwa, ich würde sagen, ja, so 40, 50 Minuten. Der macht Spaß. Da ist schöne Action, da ist auch harte Action. Es gibt ein bisschen Verfolgungsjagden. Das macht Spaß und hatte ich schon so an diese 2000er, auch halt hier, Kiss of the Dragon, den ich unheimlich liebe, fantastischer Action-Film, hat mich schon so an diese Zeit erinnert. Und als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich noch, eh, das sieht nach einer Menge Action und Hirn-Aus-Spektakel aus. Und da habe ich Bock drauf. Und Luke Evans hat sich auch ein bisschen aufgepumpt und ist gut trainiert und macht seine Sache auch aus dem Trailer her super. Und die ersten 50 Minuten sind auch nicht schlecht. Was dann halt kommt, daran wird sich leider jeder Action-Fan ordentlich verschlucken, denn die zweite Hälfte ist, ich muss es leider sagen, scheiße. Okay. Gibt es dann keine Action mehr oder wie kann man sich das vorstellen? Genau. Also wir haben, die erste Hälfte ist immer wieder ein bisschen was los. Wir haben, ja, diese Schlägerei, also dieser Kampf in der Küche. Der macht Spaß. Der ist musikalisch sehr komisch untermalt. Das muss man auch sagen. Also manchmal kann sich One nicht entscheiden, mache ich es jetzt auf ernst oder mache ich es auf ein bisschen Comedy-Einfluss noch geltend. Und hier und da gibt es zwar an Augenzwinkern, aber zum Beispiel in dem Küchenkampf ist es in der ersten Hälfte so, dass dabei Johnny Cash's Ring of Fire läuft. Damit musste ich mich ein bisschen anfreunden, gerade weil auch die Kämpfe hart sind. Also der nimmt Messer, die mit Bratpfannen, sonst was. Es geht wirklich darum, die Leute auszuschalten. Und da fließt auch ordentlich Blut. Und in der zweiten, also es gibt da eine kurze Pause, wo er sich so ein bisschen erholt und den anderen sagt, hey Jungs, jetzt kommt mal ein bisschen runter. Und dann haben wir eine klassische Action-Film-Untermalung, die das Ganze halt aber auf eine ernstere Ebene hebt. Und du sitzt da und denkst, okay, ich finde es jetzt auch nicht schlecht, aber irgendwie kannst du dich jetzt gerade mal nicht so entscheiden, was für einen Ton hast du für den Film benutzt. Und ja, wie gesagt, nach 50 Minuten und dann gibt es einen Break und dann gibt es eine Art Origin-Story, die sie da hinterherhauen, die leider nicht nur langweilig, sondern auch unheimlich schlecht gespielt ist. Und die Action lässt sich bis zum Showdown, lässt dann auf sich warten sozusagen, ja. Okay. Lass uns mal kurz über die Action dann reden, weil bei mir ist es halt so, ich habe auch früher mit diesen ganzen Nook-Besson-Action-Filmen meinen Spaß gehabt, also mit sowas wie Transporter. Muss aber sagen, so mit den Jahren, finde ich, ist die Action, wie sie inszeniert wurde, echt nicht besonders gut gealtert. Das ist mir vor allem aufgefallen, als ich das letzte Mal nochmal den ersten Taken mit Liam Neeson gesehen habe. Wie ist es jetzt bei der Action bei Weekend in Taipei? Du hast schon gesagt, die ist für ihre FSK-16-Freigabe recht hart und auch ordentlich umgesetzt. Aber kann sie sich denn mit Größen des Genres messen, wie, und ich werfe jetzt hier einfach mal, wie ich das gerne tue, einfach mal The Raid in den Raum. Die Mann-gegen-Mann-Action, kann die sich mit The Raid messen oder merkt man dann doch schon eher, dass hier dann letztlich eher kleinere Brötchen gebacken werden? Ja, wir reden dann von kleineren und billigeren Brötchen. Also The Raid ist halt wirklich, ja, Goldstatus. Das selbstgemachte Sauerteigbrot und Weekend in Taipei ist dann mehr so das Aufbackbrötchen vom Lidl. Willst du das sagen? Ja, sagen wir mal von Penny aus der Ich-rette-die-Schale, wo es aber schon abgelaufen ist. Also nein, es ist trotzdem gut. Für so eine Art von Film ist das gut. Und Luke Evans macht es gut und das macht Spaß. Und ich hätte in diese Richtung echt gerne mehr von ihm. Das würde ich mir angucken. Aber dann bitte halt jetzt nicht, also klar natürlich, wir würden auch durchgehende Action reinziehen. Aber dieser Tonus und dann gehen wir in das Pseudo-Charakter-Drama-Fach. Das hat dem Film einfach, das hat dem einfach das Genick gebrochen. Okay, aber dieser Bruch nach ungefähr der Hälfte, ist der denn wirklich so schlimm, dass er den ganzen Film nach unten zieht? Oder ist es mehr so ein, ach okay, ich hatte zwar jetzt Spaß, aber gut, das ist die zweite Hälfte nicht so gelungen. Also für mich hat das komplett nach unten gezogen. Also es ist wirklich, als ob sie da alles ausgetauscht hätten. Und es wird dann halt versucht, du kriegst schon mit, dass er in Tai... Also er trifft ja in Taipei dann seine... Und das sieht man ja auch im Trailer und das kann man auch überall lesen. Das ist jetzt auch kein Megaspoiler. Halt seine ehemalige verflossene Liebe. Und zwischen Quan und John und seiner Liebe, die auch natürlich noch einen Sohn hat, entspinnt halt diese Dreiecks, also diese Dreiecks-Vierecks-Geschichte. Und dann kommen auf einmal... Also sind wir ehrlich, Sung Kang ist jetzt kein mega guter Schauspieler. Und der sitzt dann da und dann geht es halt um diese Liebelei noch. Und das ist halt auch einfach... Das ist einfach nicht gut gespielt. Also du sitzt da und dann ist es halt wirklich so... Der hat teilweise Louis-Definet-Entgleisungen, wenn er dann irgendwas gesagt kriegt und... Sie ist jetzt bei John. Oh, bei John! Und du sitzt da und denkst, ist es euren Ernst? Kurze Frage zu Sung Kang. Der hat ja dieses Trademark, dass er eigentlich immer irgendwas isst. Ist das in diesem Film auch so? Schiebt er sich auch, während er mit den Leuten redet, seine Chips in den Mund? Nein, tut er nicht. Aber er hat eine neckische, ja, weiße Tolle im Haar. Okay, also so ein fleischgewonnener Anime-Charakter. Genau. Und eigentlich ist es aber auch schade, weil der Charakter, den er da verkörpert, der ist schon hassenswert. Und hätte auch noch ein bisschen mehr Screentime, meiner Meinung nach, also so im Action-Genre, und den noch ein bisschen weiter bösartiger aufbauen können. Das hätte echt gut gepasst und hätte dann mit, ja, noch einer ordentlichen Portion Action und einem besseren Showdown, hätte mir gefallen. Also das wäre dann tatsächlich was gewesen, wo ich gesagt habe, alles klar, den kannst du dir alle zwei Jahre mal ruhig angucken, weil der einfach Spaß macht. Okay. Kommen wir nochmal zurück zu Luke Evans als DEA-Agent John Lawlor. Der Name ist toll, sorry. John Lawlor. Ich habe jetzt schon rausgehört, dass der seinen Job ganz gut macht. Kannst du dir vorstellen, dass Weekend in Taipei vielleicht für ihn so ein bisschen den Weg ebnet zurück an die Spitze? Weil, sei mir ehrlich, alles, was du bis jetzt gesagt hast, klang jetzt nicht furchtbar, aber es klang für mich eher wie ein Direct-to-VUD-Film, der es irgendwie in die Kinos geschafft hat. Ja, so ist es auch. Also der sieht gut aus. Es ist halt alles Hochglanz, wenn man darauf steht, so wie ich, fühlt man sich da relativ schnell heimisch und sagt, hier, geil, alles klar, lass krachen. Aber der hat meiner Meinung nach... Sven Kambedelli, Hauptsache auf Glanz. Und geile Autos. Und nein, das ist mir eigentlich egal. Aber der ist schon ganz gut gemacht. Aber ich bezweifle sehr stark, dass er damit sich seinen Weg wieder in die höhere Garde freischaufelt oder freischlägt. Ich glaube es nicht. Also ich frage mich dann... Ich habe mich wirklich so gegen Ende die letzten... Die letzte Hälfte des Films auch gefragt, sag mal, guckt ihr euch eigentlich eure Filme mittlerweile gar nicht mehr an? Das... Da muss doch jemand sagen, hey, Leute, die letzten 50 Minuten sind scheiße. Also für einen Actionfilm, das hat da überhaupt nichts drin zu suchen. Und das ist mehr witzig als... Also bös gemeint witzig, weil es halt einfach, ja, die einfach die Gefühle und alles nicht so wirklich gut rüberbringen. Und ja, es ist einfach schade. Also ich würde mir gerne mehr von Luke Evans in der Actionrolle angucken. Auch gerade so als... Da können sie gerne eine Reihe machen. Aber ein anderer Regisseur und bitte mehr Action. Also ich möchte auf jeden Fall, dass der eine eigene Reihe bekommt, diese Figur. Einfach, weil ich sehen möchte, wie Leute da in der Kinokaratte stehen und dann sagen, einmal John Lolder 2. Das würde mir, glaube ich, gefallen. Ja. Ansonsten, eine Frage hätte ich noch, was mir bei diesen Filmen, die so europäische Actionfilme, die für den internationalen Markt gemacht worden sind, immer auffällt. Die spielen halt sehr, sehr häufig in Asien. Da merkt man auch immer ganz klar, woher ein Großteil des Geldes dann herkommt. Und vor allem diese asiatischen Länder werden dann oft so inszeniert wie die reinsten Urlaubs-Oasen. Das ist manchmal fast schon wirkt wie so eine Tourismuswerbung. Ist das bei Weekend in Taipei genauso und warum hast du dir trotzdem noch keinen Urlaub nach Taipei gebucht? Es ist tatsächlich so gemacht. Das sind Postkartenbilder, die sie da präsentieren. Du siehst dann, am Ende kommst du mal so so ein klein bisschen in die, ich nenne es mal ärmeren Gegenden, wo jetzt nicht alles hier nach Glas und Protz und Strotz aussieht. Aber das ist schon eine Rundreise. Boah, guck mal, wie schön es bei uns ist. Warum ich mir keins... Ja, ich weiß es nicht. Ich kann tatsächlich mit meinem Magen der halt schon sehr scharfes Essen vertragen. Du bleibst halt lieber bei deinem Schwarzwald, oder? Okay, gut, ich habe verstanden. Dann die letzte Frage, Schwarzwaldklinik oder Weekend in Taipei? Oh, das ist aber eine fiese Frage. Ja, das eine hat er mich nicht, Klaus-Jürgen Wusso. Ja, das ist es nämlich. Das ist es. Oh, verdammt. Alle an alle Leute unter 40. Klaus-Jürgen Wusso war ein früher sehr bekannter und beliebter Fernsehschauspieler, der die Hauptrolle in der Serie Schwarzwaldklinik gespielt hat. Nur damit ihr Bescheid wisst, Kids. Ihr müsst das jetzt nicht googeln. Okay, gut, also ich würde es so sagen. 50 Minuten Taipei, dann eine halbe Folge Schwarzwaldklinik und dann der Showdown. Okay, gut, das ist sehr gut umschrieben. Dann danke ich dir für deine bisherige Meinung und würde sagen, du kannst gerne noch ein finales Fazit zu Weekend in Taipei abliefern und zwar jetzt. Ja, ich habe eigentlich nicht wirklich viel dazu zu sagen. Meist habe ich schon gesagt. Leute, wenn ihr wirklich hofft, dass das ein absoluter Actionkracher wird, kann ich euch den Tipp geben, geht ins Kino oder schaut ihn euch zu Hause an, macht ab Minute 40 oder 50 einen Break und schaut dann die letzten 10 Minuten. Dann habt ihr gute Unterhaltung. Wenn ihr euch das Ganze reinzieht, ist es ganz euch überlassen. Ja, wie gesagt, ab dem 17. Oktober in den deutschen Kinos und ich nehme mal stark an, dann in drei, vier Monaten auf irgendwelchen Streaming-Diensten. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Da könnt ihr uns gerne folgen, uns natürlich liken, gerne auch kommentieren. Das könnt ihr aber auch machen auf unserer Webseite www.tele-Stammtisch.de und wir haben einen Community-Server bei Discord, tele-Stammtisch slash Discord. Da könnt ihr mit uns reden über Filme, über Serien, über Comics, über Memes, über alles Mögliche. Das haben schon viele angenommen, das Angebot, und unser Community-Server wächst und gedeiht. Das freut uns sehr. Schaut gerne mal rein. Ist natürlich absolut kostenlos. Genauso kostenlos wie diese letzten Worte von mir. Ich sage Tschüss und dem Sven Gebült das letzte Wort. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.